ich hoffe es kommt bald zum großen kampf zwischen mir für den kassandra und alexius ich hoffe dass du sehr da auch einmal sie kämpfen zu sehen um am ende endlich rache zu üben sehr sehr schön als ich da war es sieht auch einfach wunderschön aus wenn ich davon die pc version hätte hier das haben wir eine kalanthaus bucht oder wie okay aber wir haben schon alles los nicht sehen lassen es 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 die schon wieder ich hatte diese jäger ich hatte diese jäger ne du brauchst einen leichenwagen die 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 es gibt ja nur kanaten es sieht man auch richtig geil wenn das alles nur hell ist ja ja ich komme jetzt auf spielstube 5 weiter da lege ich diesen scheiß bären es reicht mir jetzt mit dir gottes willen so dass nämlich auch mal mit danke tschüss und dach noch gut dumm du dumm dumm du dumm noch mal so ne noch mal so ne gauner sache ok also hier haben die die ganzen eingefangenen und dahinter ist was das bräuchte aber nicht ok habe ich alles oh so so hallo ja hier geht das das ging jetzt schnell immer doch so äh so 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 2 meter wenn sich jetzt hier locker ein paar meter mehr okay also unter wasser ein bisschen schneller machen wir ganz in der inventarkontrolle unter wasser ganz wichtig dann können wir auch gleich erstmal diese mission da machen und dann ich habe da überleicht lange im reingekommen der bogen verkehrt sich immer verfeilt ich habe mich bogen die braucht oben ist so uninteressant für mich wo ist das ist eine witzige maske schön ital kann auch wieder weg ich sage man kriegt ja schon einiges weil das ist scheiße sehr schön haben wir jetzt ja mal alles auf vordermann gebracht ja jetzt fühlt sich das immer wieder sehr schön okay müssen sie auch noch einmal machen aber muss jetzt nicht mein ganzes schiff holen wir müssen ja nur einmal einmal hinfahren einmal hinschwimmen der rück drück schwimmen können werden wir bei der schnellreise machen obwohl das echt wirklich sehr schnell geht oder wer wir holen das schiff einmal für zurück mal gucken könnte man ja auch machen für zurückkommt das schiff wirklich schnellreise fan klar wenn ich ganz ganz groß in der kephalinien muss oder oder mal jetzt schon eine reise bevor ich da drei stunden über dem wasser bin aber gut könnte man natürlich auch sagen hey macht man nicht und könnte noch ein bisschen das ist aber nicht da schmieden weil wir uns mal jetzt auch mal nett so faros weingärten des dionysos kann ich helfen hat niemand überlebt es gibt noch gefangene ich war zu schwer verletzt um nach paros zurückzukehren was ist passiert wir kamen zu friedensgesprächen es war ein hinterhalt und der flottenführer in er gefangen ist er wenn er auf paros ist wo wäre er genau sie sprachen davon ihn oben auf dem steinbruch anzuketten damit ihm die sonne die starkköpfigkeit austreibt warum ließ man ihn am leben warum töten sie ihn nicht sie benutzen ihn als druckmittel sie wissen dass er für nichts wichtig ist ich gehe jetzt ich kläre das lasse büßen lass sie büßen wird gott mit nahm gekommen ich sehe bestattung so wo man es war gehen wir als erstes richtung quest das wird ja wohl auch das gleiche gleich sein dann geben wir da erstmal hin und machen sie fertig und dann alles auf eine festung sehr sehr gut gucken wie die jetzt läuft die letzte liefer gut anfang an ich werde ich schwer auch nicht für die geschweine auch nicht wieder ich hätte schon beim ersten mal zum kotzen da ist die näher sieht gar nicht gut aus ich kann aber nie aussehen am ein schluss jahr hat er bis jetzt in die adlerfrau davon das ist schon krass Au! Ich mach mich unsichtbar. Ah fuck, wenn der ich denn... Warte, 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 das ist nicht gut, das ist kein guter Startpunkt gerade. Hier ein bisschen hier oben. Ne, ist schon ein bisschen zu weit, dann machen wir hier. Hier und in der Ecke. Wir sind hier in die Ecke und dann macht... Das sieht aber noch etwas... ...härteren Festung aus. Die haben auch einen Startschutz. Oh, und das Ding wird gut bewacht, fuck. Sind besser aufgestellt. Ja, Mann, Marmorsteinbuchen. Okay, bevor ich auf Indien befreie... Da ist erst die Marie als letztes. Muss ich jetzt mal die Leute hier loswerden. Oh, danke. Scheiße! Oh Gott! Kommt der? Nee, der kommt nicht. Alter, ich hab den Checkprogramm. Äh. Ich bin gefangen! Ich bin gefangen! Psst! Das Maul, Junge! Die Fresse! Ganz dicht. Hätte ich gar nicht, wenn du warst. Idiot. Ja, nee, gefangen, lass ich nicht frei. Da maßeln alles. Alter, ich war nicht, der guckt gleich. Der guckt gleich. Tschüss! Sehr schön. Oh Gott, zum Glück ist das mal frei. Erstmal sieht man ein, jetzt hab ich halt ein kleines Zeckdienst da. Und das hier? Ah! Uh, das war... Uh, da kommt, 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 da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Ich mach's weg. Ist aber so entspannt geworden, ne? Pfff. Guck dir hin. Ich schreie einfach ins Ohr. Ich schreie einfach ins Ohr, ey. Ich schreie einfach ins Ohr, ey. Ich schreie einfach ins Ohr. Ich schreie einfach mal. Ich schreie einfach an. Hey, ich schreie einfach an. Hh. Ich schreie einfach ins Ohr. Oh nein, war ich zu gut? was ist hier gestorben da irgendwas gibt dazu beigetragen und die befehlsjahre zwei stück sogar sehr gut ich habe zwei befehlsjahre gekillt schlecht die eintritt davon war echt unnötig wollte nicht darunter treten egal egal das ist ja alles gut ist so ein wagenswagen war zwar ein fehler aber fehler die zwischen halt kein ist es nicht wichtig gesundheit er wird doch mal richtig der gefangene rette ich als letztes allgemein klar ihn werde ich sowieso als allerletztes retten weil er also der die höchste priorität hat hier in den ganzen charakter jetzt ist in ein super guter taktik macht gute taktik ich weiß gute taktik da habe ich mir ausgedacht mag man gar nicht natürlich dass die quest nicht weiter geht damit ich nicht die mission machen also mache ich nicht die mission mir fehlt das spartanische hier werden ziemlich wütend sein so der berg der war auch tot das war da muss ich ihnen mal aufpassen dass die hosen gehen können aber nicht nur ein bisschen was von die hosen gehen können eben mach hallo und sagt man wie sind das das hier ein halber mehl man ernsthaft mal was denn ich meine hinten da hinten die du 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 sehr schön es werden immer weniger teilen sie auch gerade gut auf gerade habe ich hallo ich hab doch gedrückt jetzt scheiße aber es land am liter kack sich auch ein bisschen wie viel kopf hat ja nicht es ist ja gut 6 6 6 6 ding oder wau kopfhälder 6 6 6 6 6 kopfhälder ach doch was Ich guck bitte nicht. Danke, du bist eigentlich wie sein Schatz. Ich weiß nicht, was ich eigentlich machen sollte. Leider musst du dafür sterben, obwohl du nicht geguckt hast. Willst du dafür ja belohnen, aber... Tut mir leid, geht nicht. So, ja, vielen Dank. Können wir das hier mitnehmen? Dann hätten wir die Kriegsverräte auch komplett. Quest, Untergang, abgeschlossen, Power-Schwert, geil. Das ist sogar stärker als meins, das muss ich kurz aushosten. Aber als Schweden bin ich natürlich sofort dabei. Bei anderen Sachen irgendwie, ja... Man muss ja ins Menü gehen. Oh ne, ich spiele auch wieder mal weiter, der passt schon. Mal später. Ach, die einsam brauche ich nicht so ein Bogen. Ganz ehrlich, Bogen nehme ich meistens auf den Gnadenschuss. Ich bin ja kein Bogenschütze. Was fehlt. Roppeltes Attentat. Die Klinge. Ah, gut, da fragt man ja diesen, diesen komischen Dolch. Das ist schade. Geht in der Typ jetzt, der geht so... Ich werde ihm folgen. Jeder tote Soldat macht das Leben. So, jeder tote Soldat macht es mir natürlich ein bisschen einfacher. Weil wir sterben, desto einfacher ist das Spiel mit Dingen. Auch für mich. Ey, wir müssen auch gerade zusammen rumhocken, ne? Egal. Wie war das andere Mal? Ich habe noch genug hier. Ey, leider wird es überschaubar. Also das Problem ist natürlich auch mal, wenn das zum Angriff kommt. Das darf nicht zum Angriff kommen. Und wie weniger je... Hey, gut, ich gewandert habe. Dem Angriff werde ich es nicht kommen lassen. Ja. Und deswegen, ne? Ist so wichtig geworden. Wir haben ja auch noch mal... Dann sind nicht wieder mehr geworden, ne? Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe. Äh, ja. Okay, mach mal, mach mal das. Tolle. Ah, hier ist ja jemand. Warte. Danke. Ja. Das war natürlich ein bisschen dumm, weil er mitten im Weg gestorben ist, aber... Ich glaube, er ist jetzt nicht verfügbar. Okay, ich wurde auch nicht verfügbar, okay. Äh, wurde entdeckt oder was? Ah, Mist, das ist nicht so gut. Äh. Und wem denn? Ich wurde entdeckt, äh, was? Äh, wohin wir denn entdeckt? Äh, wohin wir denn entdeckt? Äh, wohin wir denn entdeckt? Ich bin... Hier sind nur noch... ...zwei, jetzt sind noch vier... ...hier... 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 ...oh, jetzt werden wir... ...hier... 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 das ist eine geile möglichkeit der bogen sitzt da unten oder was egal ist er pech muss er jetzt unten bleiben dann muss er uns jetzt versauen den bringe auch gar nicht um nur ein bisschen die vorarbeit na klar deswegen hat sich bogen sitzen so scheiße hauen erst mal ab und waren die immer an der stanz auftechnung von schlecht was machen klar keine bogen ziehen aber ja kein bogen und nachteil wenn man keinen ausgebildeten bogen hat ich bin den bogen aber nicht nutzen so ich habe die fäuste benutzt du idiot wo er wo ist der letzte schatz den letzten schatz brauche ich noch und dann können wir der hinten wieso macht das springen wir da hinten wenn wir hier sind klar der letzte schatz ist genau er ist richtig kacke ja aber dass ich noch einmal zu intelligent aber egal weißer wie ich an den schatz kommen können wir zum morgen ja aufhören wir haben alles und da und da runter runter nicht überall hin und kaputt schon leider ist mir hoch genau dann hier rein klar ist da jetzt natürlich auch noch jemand steht ich kann diesen blöden schatz jetzt nicht kommen weil er überall jemand das ist ja endlich mal jetzt gehe ich zurück ja hallo 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 auch kommt schon danke ich habe immer fest ich habe alle schätze ich habe alle ich habe einen gegner schon geplättet dann muss ich noch die gefangenen rausholen hat die drei gefangenen extra bis wir immer die gefangenen ja dann mache ich das hier auch fertig ja die war auch viel schwerer muss man dazu sagen die war extrem viel schwerer aber die lief auch nicht so gut wird auch trete hier und da wird er laufen können am ende war es doch wieder ja schreien noch lauter dann wird sie das nicht wenn ihr es sowieso dumm weißt du jetzt kommt die schlachten die mich ab glaube ich aber eine gute tat getan ja dann in freiheit geschenkt wenn sie es nicht rausschaffen das ist nicht mein problem und wer mit ja klar sehr gute marmor steinbruch und ich wusste sie würde mich nicht aufgeben ja von oben unten und zu klären also kannst du noch kommen einfach ja das geht ja gut sehr gut ja komm du kleine kleine klären kannst du jetzt ja ja mit ja 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 ja